Ich habe mich hier schon mal auf die Dachterrasse des Willy-Brandt-Hauses gestellt, ein bisschen Urlaubsatmosphäre tanken bei den Bistrotischen hier, ein bisschen Sonnenschirm. Grund ist, ich freue mich auch auf meinen Urlaub. Ich bin jetzt bis zum 20. August nicht mehr an Bord und wünsche allen, die auch den Urlaub noch vor sich haben, schöne Ferien. Und für die, die arbeiten müssen, macht nichts. Eure Ferien kommen bestimmt auch bald wieder. Vielen Dank.